Herzlich Willkommen bei TTT Mit dabei der Dalu Quarta 1 und 4 Secret der Kapuzumom, der Kundran, der Taro Maru Der Nils, der Tautau und der V-Pain Der Taro Maru? Items! Creeper! Creeper Kopf! Was? Creeper Kopf? Du hast ihn weggetreten! Du hast ihn weggetreten! Was ist denn da? Hier der... Zweimal nix doofes... Ich kann ihn wegschießen jetzt Hier ist direkt jemand gestorben gerade Hier unten ist irgendjemand gerade gestorben Hier unten ist irgendjemand gerade gestorben Was heißt da unten? Da unten, wo Nils vorhin am Anfang war Also ich habe auf jeden Fall rechts unten Irgendwie was gehört Lebt denn noch jeder? Gibt es eigentlich was anderes außer Neagle? Weiß ich nicht Die Geschoss! Das war wohl nicht ich Die ganze Map war nur die Die Geschoss! Jetzt ist wenigstens mal auffällig Wenn jemand mit einer anderen Waffe rumlässt Das soll eben ne Grease funken Weißt du die AK her? Die lag da! Weil die AK am 3 Grease Was für nie jetzt? Ne Lienfield Oh wow! Ich mag mal eine andere Hapune rum, Pain is traitor Oder Jäger Ey Tautor hat ne AUG Ja okay alle auf Tautor Alle auf Tautor Tautor Wenn du eine M3 Grease von der Steyr AUG Oder STG 70 A1 Ich bin ein Freerunner Ich habe ja nichts dafür Ich habe ne A, B, C, D, E Ich kann auch irgendwelche Buchstaben sagen Ein Freerunner schwer auf dem Dachbuch Der Freerunner Der Freerunner Der Freerunner Der Freerunner Das musste ich nicht mehr definieren Ich bin da nicht in den Beschreibungen drin Als Oberbobo? Der OBERBOBO Der OBERBOBO Hat schon einen FAUL Schaaden Ich habe eine Kube gekriegt Gell? Er lebt dann doch Hey Maru wo hast du den Creeper-Kopf hin? Keine Haung, der habe ich hier oben rumgeworfen Ich habe weg geschossen mit meinem Newton-Läucher Nein! Fall runter! Die Endfield Ich habe ihn in irgendeine Ecke geschossen Ich finde jemand Da ist man groß Nirgendeine Ecke geschossen Ah, da hängt er an der Wand hier Das muss einer sein, den du auch bewegen kannst Die Ecke hier Die Ecke hier Die Ecke hier Der liegt in der Ecke von einem Einmal auf dem Kreislauf Du siehst ihn schon auf der Ecke Ich habe auch noch einen Zombie-Cop gefunden Entschuldigung Ich werde erschossen Alter, ich habe einen Zombie-Cop und einen Creeper Ich weiß leider nicht von wem Und ran Ja, du hast einen Creeper-Kopf gefunden McFly verfolgt wen Nein! Ich habe gerade geguckt, wer der hinterher war Hä, hat Tautor auf mich geschossen? Oder ist Tautor neben mir umgefallen? Tautor wird dann sicher an Fallschaden gestorben sein, oder? Ist der mir auf dem Kopf gelandet? Ist der mir auf dem Kopf gelandet? Nein, er hat auf mich geschossen Ist er denn überhaupt durch Fallschaden gestorben? Hä, ist er, ist er Ich kann dir ein Present of Fate legen Ja, bitte Da wo du gerade warst Wo, ich glaube Tautor das gleiche ist Ja, am Creeper-Kopf Liegt jetzt von oben Vielen Dank Wollt ihr weg gehen, oder wollte ich daneben stellen? Ich werde weg Ja, komm, noch einen Ohhhh Warte Drück! Ja! Nein, du wurdest erschossen, er wurde erschossen Der McFly hat mich erschossen Das ist gelogen Das ist ja frech Ich bin Dete Wo ist er? Weiß ich nicht Ich bin weg Ich habe ihn nicht gesehen Toll, jetzt hätte ich mich nicht mal heilen müssen Jetzt habe ich eh volles Leben durch den Respawn Unsichtbar Aber von wo soll er geschossen haben? Das weiß ich nicht Er hat eigentlich fast direkt neben ihm tatsächlich Ihr habt ihn nicht gesehen, Leute Vielleicht lecke ich ein bisschen rum und ihr seht mich deswegen nicht unbedingt Er ist davor, ich hatte dich teleportiert, McFly mit einem Poltergeist Achso, okay, gut, also ja, ja Also heute abgeheilt, hast du teleportiert? Ja Mit dem Mit dem Ghostnet Ich habe nur einen Newton Launcher Oh Gott, Wasser Wer ist das? Was ist das? Wieder über die Schritte Ich suche halt McFly Ich glaube hier oben ist keiner mehr außer uns Wir sind alle unten in der Hölle? Wir sind alle in der Hölle Wollerleather Maru ist noch auf unserer Seite Wollerleather Verputz ist auch noch hier Ich bin auch raus da, ja Ja Er ist ein irgendeiner Chamber Da läuft er Das ist schon wieder Das kann doch ja nichts sein Hat Tauter was besseres gehabt? Nicht, nein Hat eine gute Hubbruchwarte gehabt Oh Nils ist tot Dealer, Fakeleiche Weil da Keine Ahnung Wieso willst du da sterben? Kannst du nicht gucken wie lange er tot ist als Data? Oh Erstmal nehme ich Schaden Äh Sehe ich das irgendwie? Wer ist das? Ich glaube da steht drin irgendwo Using Jetzt bin ich hier Und dann? Ja, ja Ich war eine Disco Der ist auf jeden Fall gefallen Das bin ich Der Maler Vor viereinhalb Minuten Vor 4 Minuten 50 Oh ok Das ist ein bisschen länger Könnte man hier nicht Gab's doch da kommen Da geht die Runde Kann man das nachvollziehen? Ich bin angeschossen Aber er hat verfehlt Oh Maro Guckst du es auch noch her? Ja Boah Das war nicht der Weg in den Nesser Das war nicht die Waffe die Kapuze hat die hier gerade geschossen hat Wo sitzt er denn? Jetzt bin ich wieder aus meinem Loch raus gekommen Die Frage ist wo du sitzt Sitzt er vielleicht an der Stelle an der ich Ja du warst nicht unten im Keller Maro ist oben Aber kann es sein dass nur noch Maro, Kapuze, McFly und ich leben? Ich glaube ja Er ist oben Ich hab ihn Oh Und er kommt wieder Da ist er Da ist er Da ist er Maro ist der andere Auf den Baum Gebt ihm Explodiert auch Jetzt war das Hochkunftflug Er ist im Netter Er ist im Netter Er ist im Netter Maro ist im Netter Wer ist im Netter? Cool Warum schießt du jetzt noch auf mich? Dadurch stirbt immer die Geschüsse auf den Kopf ey Auf mich wurde jetzt auch nochmal geschossen Ich dachte dass er da aber war Das war Maro Nee, McFly im Panoption Ja die hab ich nicht geschossen Die hab ich nicht geschossen Ja, leise McFly ist tod Okay Ich werd sch... Wo Maro? Wie kann man denn auf mich schießen, hier oben? Ich schießt tatsächlich nicht auf dich Er ist doch nicht früher ne? Nee, Kapuze Nils ist gerade am Anfang gestorben Es ist halt eigentlich noch ein Jaccal Außer er ist wo Kino im Fallstand gestorben Er ist im eingang bei mcfly drüben es einmal geplatzt hier ja mit denen schon mal konfirmen okay das ist gut er bleibt ja dann schießt euch mal gegenseitig bitte was mit items meinst du der hält fünf minuten die klappe ne 7 und halb Minuten die klappe kapuze ist es kapuze der boob vielleicht da ich sehe ihn schon ich sterbe gut gemacht boi naja du hast ja nichts mehr getan hier der kill von kapuze in mir war richtig radikal jetzt wurdest du umgebracht von dalu oder kapuze leute die mich beexpected haben als ich unten in dieser kleinen zelle saß für was ist die gut zum einsperren die aufmachen das ist doch kein traiter tester ich kann die nur items du als minecraft profi kommen wir unten in den gang rein aber warte erst mal ist die traiter voller unten dann krieg beim nächsten welchen da unten gibt es einen redstone objekt das war ein die wir schocken mit slow mo ja wieder ich gemacht absolut hier war niemand bist du da ja das redstone objekt hier unten das ist diese sache was maxi gerade gemeint hat wenn ich mich nicht täuschen jetzt ist alter gestorben ich mach random der mensch nicht herzlich du hast doch geschossen da hier unter mir unter mir aber ich ja kaputt ich werde angeschossen von dalu 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 ist es ich halte mich mal da raus auch mensch du kannst du nicht einfach auf kundraben und noch kaputt habe ich ja das ist hier von leichenhausen die böse ist das bitte der andere ist kaputt würdest du bitte den menschen bestätigen gut dann bestätige ich jetzt auch da und du warst das knapp da sind sowohl kunden es tut mir sehr leid aber der kundraben call war da täglich auf mich und dann habe ich eine leiche neben dir gefunden die unbitte die beziehungsweise in dem gang gesehen und unkonfirm war da dachte ich okay wer ist es noch jetzt es leben voll viele aber kaputt ist auf jeden fall einer von ihnen also haben wir bauten ich glaube ich glaube das könnte zeitlich sein kaputt hallo warum schießt er auf mich kaputt warum schießt du denn mehrfach auf mich kaputt einfach ignorieren ich habe den kopf kann hier finde ich also nicht ich war unterwegs wieder zurück dass ich ihn confirm ja ich habe es im nachhinein auf wen hast du eigentlich geschossen Tautor ich dachte du tatsächlich die erste karl auf wen auf keinen aber warum hast du dann geschossen weil du weil ich schaden kriege gerade ne aber du hast davor zweimal mit deiner diegel geschossen es ist vielen schuss hinter mir und die schaden aber du hast einfach geschossen bevor du geschossen hast Tautor äh bevor ich geschossen habe hast du zwei mit deiner diegel geschossen deswegen ich dachte du hast auf ihn geschossen das muss irgendwie keine ahnung wo es das war aber ich habe auf jeden fall nicht vor dir geschossen ach das ist ein Traitor Tester also was ich halt weiß ist dass Dalu gesagt hat er macht sein random damage ne also Tautor stand vor mir und schießt zwei mit deiner diegel ich konnte nicht sehen ob jemand vor ihm ist ich dachte halt er wäre ich dachte halt er wäre Jakar weil ich Traitor war so ich meine war in dem Sinne nicht falsch dass ich erschossen worden bin aber ich hätte auch so ich hätte auch als inno auf ihn geschossen alter oh nein wow ey brennt mach mir mal mit Action Leute ey ich bin außerhalb der Map das sind ja das sind zwei äh Nils du bist Freerunner ich bin Freerunner guck was passiert Borden Freerunner oh ich bin top ich bin Freerunner okay also Nils ist auch hier mit mir unterwegs Nils könnte blöde sein Nils bewegt sich ich bin unsichtbar rumpelungen genießt hier jetzt schön die Aussicht hier komm ich nicht mehr weg ich bin ein Naruto Fan hallo wo siehst du aus ja hast du nicht blöder ach hier war der Freund drin Nils du darfst mit mir nie was essen wenn du mal bei mir bist kein Rahmen du kriegst nie Rahmen wir müssen Mario Party zusammenspielen ja jetzt überlegen ich will das suchen mal hallo weil du so gemein bist sei doch nicht so naja ich überlege schon ich hätte Poppum besorgt für uns beide nicht aber jetzt weiß ich nicht mehr Action oh Gott da ist der Kunde der Teufel was machst du in Nether ich laufe hier rum ich wollte mich ein bisschen rauswärmen ich sehe hier keine Teufelscheine achso das war ein Bibi ach dann schieß mal den Schmils ab das ist ein Böser wieso ist das ein Böser hat der Zufall so ausgesucht da spielt jemand wieder mit Konsole oder wann gut dann richtig Feuerfall ups jetzt hat er den Traitor Pass erneuert deswegen ist er jetzt nicht der Traitor ich bin ich unsterblich gegen Feuer ich bin Stuntman oh scheiße ja Stuntman ist kein Drang taucht aber scheinlich unsterblich ich werde wieder erleben ob ich so los versuch's nochmal es muss ein Bug gewesen sein jetzt das sieht gar aus als Würzeln mit der Kamera rumlaufen was machst du überhaupt mit der Kapuze Stuntman mir macht das nix aus oh Items Nils mir macht das ein bisschen Sorgen dass du meine Nähe suchst jetzt Items ist da nicht gerade eine Märtyrorgranate hochgegangen Items lebst du noch hast du deinen Spaß gehabt wo du dich lebst das wäre ja gut wenn du eine Märtyror hochgezogen bin ich der Einzige der es gehört hat dann siehst du die Leiche da vorne dann siehst du die Leiche da vorne dann siehst du die Kamera jetzt ist er tot ich hab nen Schuhlücken in der Hand das sieht aus als würd so Fotos nähen oi ich will ich die eigentlich auch mit rechts nähen kleiner Ninja deine Kundin ist auch ein Naruto Fan bin ich der Einzige der die Märtyror gerade gehört hat nice also ich hab's noch nicht gehört Nils hat übrigens Items gekillt das ist nicht wahr er ist im Fallschaden gestorben ist das wahr ich weiß es doch nicht ich hab ihn nur den Märtyror gehört da liegen nämlich zwei da liegen zwei Leichen ja die sind nämlich beide außerhalb der Map gelandet achso Payne ist auch gestorben Payne war auch gestorben hat er gesagt außerhalb der Map was soll ich eigentlich mit den Creeper köpfen keine Ahnung ich hab bestimmt nen Sequel unten am Filtertester damit ich hab ihn nicht heute Bestior bekommen nach dem Australians und nen nur den ojos wir haben Redstour gebraten ich hab Redstour gebraten 可以 in Camino said England steht links unten ich hab das Redstour dann kann man hin while irpass bauen Das war... Maro hat einen Diegelschuss nach oben geschossen. Auf Maxi oder auf... Maxi, ich bin bereit. Ach, Kapuzi natürlich. Denkst du nicht für Maxi? Das sind McFly und Nils. McFly und Nils sind Spider-Trailer. Hab ich noch nur darüber geschlagen. Ja, und Nils hat nochmal drauf geschossen mit der Diegel. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Das hast du gesehen? Ihr steht nebeneinander. Hä? Alter, ich seh euch beide. Ich bin irrer. Maro, Maro ist jetzt auch oben bei McFly. Ein Shuriken, da hab ich Nils ins Gesicht geworfen. Welchen Punkt sitzt das? Es sind McFly, Maro und Nils. Ja, Nils hat... Weniger HP. Wo ist er denn überhaupt? Ich seh ich nicht. Kommt Leute, jetzt macht doch mal was. Nils haben wir schon mal. Aber das war auch der Schwächste, der Gang. Ja, ich hab die jetzt alle getötet bisher. Wir haben nur rumgespielt. Und sich verschießen. Oh, ja. Die ganze Zeit... Ah, hier, Alter. Ah, mit dem 100er-Fling ist das echt böse, ey. Hast du immer geschossen und wir haben die Waffe gewechselt, Darlou? Ich bin eigentlich nur unsichtbar gelaufen. Okay. Wärst du uns hier in den Zettel schießen können? Oder hat Maxi auf dich geschossen? Ich hab nie auf euch geschossen. Ich bin da hochgeklettert, hab diesen Dead Ringer geschossen. Dann bin ich auch wieder unsichtbar gegangen. Achso, werdet ihr jetzt auf uns geschossen? Ich hab niemanden gesehen. Jetzt los, hopp, hopp. Da bin ich auf Nils Spade reingefallen. Ja, ich hab's ja vorher gesagt. Hör halt nicht. Ja, ja, ich bin nach draußen. Ich dachte nicht, dass ich da draußen automatisch eine Damagefläche hab. Und Nils, ich hab dich wieder gelesen. Du hast mich irgendwann mal gelesen, zu einem Zeitpunkt, als nicht mal ansatzweise was passiert ist. Und trotzdem war es wieder richtig. Was ein Zufall, 100% bei dir. Ich kann das gerne mal auslesen, wie gut so was wirklich funktioniert. Aber es hat doch jetzt funktioniert. Und heute zwei von zwei. Hey, hat mich ungebracht. Land auf mir, Maxi. Was passiert? Ich glaube, Maxi hat Payne gekuppert. Ich glaube, Maxi hat Payne gekuppert. Böser Maxi. Ja. Und Taution ist so schlimm geworden. Nein. Und explodiert? Ja. Unhöflicher Dude, Alter. Vielleicht deswegen die Frage, warum höre ich Weihnacht zu sich? Welcher Arsch war das so ungefähr? Komm, was? Von oben. Ja, von oben. Alims, Alims, Alims. Hallo, Kapuzzi, ich hab dich lieb. Ich hab mich trotzdem. Oh fuck it. Also. Tod und verderben. Nils ist tot. Nils ist tot, der ist explodiert. Nils war Dealer. Oder aus dem trink ich. Und Nils war Dealer, der hat auf mich geschossen. Ja, hab ich. Ähm, ob auch, wer aus? Ob auch Kapitalo ist das? Ich bin in der Hölle. Ich bin nicht. Ich hab den Namen nicht gesehen, leider. Das ist ein richtiges Opfer, würde ich ja sagen. Maro ist ein guter Kerl übrigens, möchte ich sagen. An dieser Stelle. Ja, den kann man nicht. Also Nils wurde weggesprengt von einem Kollegen, der da unten liegt. Insel Alims waren die Bösen. Ja. Jetzt fehlt nur noch Dalu. Warte, nee, es war nicht Dalu. Es war wirklich tatsächlich hier. Dalu to Pain. Items. Pain hat's weh getan. Dann ist schon fies. Ich habe, äh. War Maxi, der war nicht der hochgegangen ist? Der ist auch nicht hochgegangen? Ja. Wo ist der? Da bleibt sie nur noch. Wo ist die Nils? Komm, stell dich, ha? Ich bin in der Hölle. Und Tautor ist tot? Ja, tatsächlich. Naja, es liegt immer wieder die Bärenfalle, ha? Das liegt bestimmt schon in der Hölle. Ah, Tautor ist wirklich in der Hölle gewesen. Ja, klar, warum nicht? Ich bin da, in der Hölle. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon karl bist oder nicht. Ja, bin ich nicht, aber Mau bist ja böse sein. Nein, ich bin nicht böse. Nee, nee, Mau weiß es gar nicht. Wir leben aber nur noch zu dritt. Dann bist es du. Nein, bin ich nicht. Na ja. Bin es aber auch nicht. Warum, ich hätte ich schon lange fertig gemacht? Ja, ich kann es nicht. Dann musst du nimm mal ein Geschenk. So ein Zeichen ist gut. Ach ja, das Geschenk. Aha, wer hat du völlig jemanden geschnäbert? Oh. Willst du nochmal dran gehen ans Geschenk? Ich mach nochmal. Ja, dann geh raus. Oh fuck. Komm wieder. Keine Frage. Karpuzze? Ja? Wie holen wir Mauro jetzt? Nein, 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 nein. Machen wir mal, Machen wir mal. Es gibt noch einen Prank für dich. Machen wir mal, Machen wir mal. Okay, er ist schon fertig. Du musst nur, du gehst vor, ich, also du machst, du leitest die Operation und ich folge dir. Okay, gut, danke. Ja, mach vor. Hopp, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, hopp, jetzt geht's los. Zack, hu. Er kommt ja nicht runter, ohne Schaden zu nehmen. Wah? Ja. Wieso kommst du nicht durchs Portal? Funktioniert das nicht? Komm noch rein. Das ist nicht magisch. Dann kommst du. Dann werde ich da gut. Das ist aber dumm. Wo bist denn du? Kommen wir doch mit? Wo bist du? Ich bin rausgegangen. Was? Wie hast denn du meine Bärenfalle entscherpt? Ich bin dann mal ein Bier. Ich dachte, du bist du in meiner Bärenfalle. Ken, wo wolltest du mich töten jetzt? War der Gag von Anfang an, als du reinkamst? Achso, ich lag da schon vorher. Er ist schlecht gewesen. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Er kämmt ja wahrscheinlich neben dem Turm. Ja. Genau, ich kämmt mit dem Turm. Ja, dann in so einem Baum kann ich mir das. Einem kreislos Haus. Und? Ah, da oben ist er. Ah, hier ist er oben. What? Jawohl. Nachdem du schon einmal tot warst. Ich glaube, wenn Dalu Kapuze im Leben sind und Dalu Jakal verdacht, dann kann ich Kapuze nicht mehr so weit schießen. Erst ist Kapuze gestorben. Das war die Feuertaufe. Ja, dann habe ich ihn zum Jakal. Man muss sich nicht beweisen. Genau, man muss sich das zeigen. Jetzt habe ich Angst vor dem Tod, ja oder nein? Leute, wenn es euch gefallen hat, dann ist es gerne leid. Ich schau mal auf der Weibers, wenn man es gut schaut. Tschüss. Musik Musik Musik